Du Oma, wie funktioniert das mit der Zeitlupe im Video? Kannst du mir das zeigen? Ja klar, zeige ich dir das. Ist ja ganz einfach. Bin ich da in CupCut drinnen und ich sage neues Projekt. Jetzt klicke ich da drauf und jetzt hole ich mir aus der Galerie dieses Video, das ich da schneiden möchte. Sage ich hinzufügen und ich habe es jetzt bei CupCut. Wenn du jetzt unten die Leisten anschaust, da die Schere, Audio, Text und so weiter. Wann ich das Bild markiere, so wie jetzt, dann sehe ich unten eine neue Aktionsleiste. Teilen, Geschwindigkeit, Animation und so weiter. Wann ich weiter scrolle, bis zur Lautstärke. Jetzt kann ich als erstes mal die Lautstärke weggeben. Ich tue die Lautstärke den Regler ganz unten und bestätigen. Und jetzt ist das Video ohne Ton einmal das erste. Dann schaue ich, ich möchte gerne diese Zeitlupe am Anfang, dass es da den Kaffee langsam abgetropft. Jetzt klicke ich wieder in das Feld rein und sage, diese Teilen, diese Teilefunktion, gehe auf das erste Bild, markiere einfach mit dem Finger da in das Bild rein und sage löschen. So, jetzt schaue ich weiter. Wo fängt das Bild an? So, ich möchte das da in Zeitlupe haben. Jetzt tue ich wieder das Bild anklicken und sage teilen. Jetzt gehe ich vom Bild raus und mit den zwei Fingern, wenn ich neben dem Bild jetzt die zwei Finger auseinanderziehe, sehe, wie auf einmal mehr Bilder entstehen. Das heißt, ich sehe die Sequenz besser. Jetzt gehe ich in das erste Feld hinein. Jetzt habe ich wieder meine neue Bearbeitungsleiste. Gehe auf Geschwindigkeit, auf Normal. Und jetzt nehme ich diesen Kreis und ziehe ihn ganz nach 0,1. Und jetzt bestätige ich das mit dem Hackerl auf der rechten Seite. Und jetzt habe ich das in Zeitlupe. Wenn ich das jetzt abspüle, sehe ich, dass da ganz langsam anfängt, die Tropfen runterzufallen. Und jetzt habe ich die normale Geschwindigkeit. Genau, und jetzt kann ich irgendwo das Bild wieder schneiden, weil es mir zu lang dauert. Und dann schneide ich den letzten Rest weg. Und jetzt habe ich ein 7-Sekunden-Video in Zeitlupe. Der Anfang ist mir auch zu lang jetzt geworden, durch die Zeitlupe. Ich kann es da auch nochmal teilen. Schneide den ersten Teil auch nochmal weg. So, und jetzt, wenn ich es habe, habe ich jetzt das Video, wo der Kaffee die erste Teil in Tropfen runterfällt. Und jetzt nochmal. Genau, siehst du das? So schaut das aus mit dem Schneiden. Und dann, wenn du fertig bist, hast du ganz rechts oben den Pfeil. Und da klickst du drauf, dann sagt er Speichern auf Gerät. Und du klickst drauf und jetzt hast du es auf dem Gerät gespeichert. Und jetzt wünsche ich dir gutes Gelingen bei deinem Video in Zeitlupe. Ciao, pfitti.